Willkommen zu einer von mir Ich zeug dir für ein neues Format ein Das heißt Yashu Exos Funny Talk Lustigen Schnitz einbauen Und immer wieder so Und wieder versteht was ich meine Wir werden wieder bei Philippa labern Wahrscheinlich die ganze Zeit nur weil Ich würd's schon gut beilehrt Was neigt mir an So Philippa steht genau da Ich warte immer noch auf eine Antwort Von mir Ich war da Sollte mir eigentlich sagen Sollte mir Ich wünschte mir Wenn mein Vater mal Beantwortet meine Fragen Ich würde mich nicht wünschen Obwohl er mir nicht einmal gesagt hat Dass es nicht Geuploadet werden soll